... oder sowas, 1000 ist das die billigste Apartment in diesem... Ja, aber wenn du schon 400 hast, leider klar. Ey, was heißt denn da, Ray? Wir sind schon, wir hätten schon fast das halbe Apartment jetzt zusammengezockt. Wir haben dein, wir haben in deinem Apartment jetzt deine WG gegründet, übrigens. Wie viel jetzt? Alter, die, der Bickner sieht immer aus wie Lara Croft, guck dir das mal an. In Hartz IV, in Hartz IV! Irgendwie ein bisschen männliche Proportion, so ein bisschen. So auf der G, so. Äh, sie, so. Also ganz einfach. Soll ich es euch kurz erklären? Ja, lass den erst mal reden fürs Video. Obwohl, die können ja lesen. Erklär es ruhig. Ja, steht ja unten drunter, der Text. Erklär ruhig. Wir erinnern jetzt gleich, äh, waren mit unseren Fahrzeugen praktisch an das Sägewerk hin. Dann stehen zwei Leute von uns als Sniper da, die schießen die Leute weg. Einer läuft hin, klaut praktisch den Wagen, ja, der andere muss dann auch noch hinlaufen. Nimmt den Pickup mit dem Schützgewehr hinten drauf. Dann fahrt zwei vorne und einer mit dem Schützgewehr hinterher und versucht halt, die Straße freizuräumen. Die kommen von hinten und auch teilweise von vorne, aber ich glaube, mehr von vorne war es. Und dann müssen wir auch wieder rechts abbiegen, wieder darunter, wo wir vorhin das Ding abgeliefert haben. Achso, wo ich die Abkürzung genommen habe. Hm. Ja, genau. Hm. Und die Waaggelenke ziemlich scheiße, also die kann man richtig schnell umschmeißen. Oh, ist direkt das Richtige für mich. Warum heißt denn die Serie GTA Fail? Ach, wird schon schief gehen. Ja, ist echt nicht schwer, ist echt nicht schwer. Das ist die Vorletzte jetzt, ne? Ja. Äh, ja, ja. Oh, cool. Jetzt haben wir schon alles. Wir haben Koks, wir haben Ecstasy. Was haben wir von den Bikern abgezockt? Viagra-Pillen oder irgend sowas? Nee, das war doch Ecstasy. Da kann doch die WG-Party mal steigen, oder nicht? Ja. Natürlich, natürlich, liebe Kinder, ihr dürft keine Drogen nehmen. Das ist alles nur Puffreis, wenn wir nicht mehr hier reden. Mehr Puffreis als Reis, würde ich sagen. Ich bin Reis. Ja, ich bin nicht so ein Bodentrupp. Ich möchte irgendeinen Pustel haben. Ich möchte fahren, was muss ich dann sein? Pusten Westen. Also, Pusten West ist Scharfschütze, Pusten West ist auch Scharfschütze. Bodentrupp sind die Fahrer, ne? Bodentrupp sind die, die nachher vorrennen. Und fahren. Wer will kein Scharfschütze sein? Ich bin Scharfschütze. Ich mach auch Scharfschütze. Ich will kein Scharfschütze sein, ich bin richtig. Okay, gut. Dann. Ich möchte wieder falsch fahren. Ich hab ne schöne Affenmaske. Ist eigentlich kalt draußen, weil da weiß ich, ob ich ne Jacke anziehen muss. Ich kann bauchfrei rum. Wuhu. Bist schon warm draußen. Ja, ja. Amateurschützen, hallo. Ich bitte dich. Bist gehen Maske, was? Irgendwelche Maske hab ich noch freigeschalten. Ich find die Mülltüten immer noch am besten. Na, ich hab mich diesmal für die Affenvision entschieden. Oh, halt die Erde. Ich kann mich bei den Masken nicht entscheiden. Berger-Schutz. Dies kill me. Der ist erwischt. Sentinel XS. Oh, ja, der ist gut. Den möchte ich wohl nicht eh schon immer fahren. Alter, in Leopardenhosen rennt die rum. Wir müssen zurück. Ich hab nur nur kurze Hose an. Das geht nicht. Ich hab nicht gesehen, dass es ne kurze Hose ist. Will jemand fahren von euch? Ja. Ich war schon. Ah, nee, ich war... Nee, ich nicht wegen der Cam. Warte, ich... Ja, ich verstehe mal was, oder? Da fahr ich, wenn ihr nicht wollt. Ja, wollen schon, aber für die Zuschauer ist es ja, ne? Wenn sie schon, dass wir den Drogen anhören müssen, dann brauchen wir sie nicht mit der Cam sehen. Du hast so schneller sein, als die Kamera ist. Also du musst schon ein bisschen langsamer fahren. So 30 oder so. They see me rollin. They hate him. Warst du mit der Karte schon beim Tuner? Kann man da noch was machen, oder? Ja, da kann doch was machen. Echt? Aber wir müssen mal Rennen fahren, ja. 15 Rennen muss ich gewinnen. Also würde ich auch immer so bleiben. Irgendetwas mit der Bodenhaftung machen. Gro intern kann man das machen, weisch? Wenn man zu 14, dass das mal... Ach, sind wir schon da? Dass jeder einmal 15 Runden gewinnt. Seht ihr die Straße hier neben, links? Die so komische S-Kurve. Ja. Was haben wir? Ja, was haben wir? Das Spawner Dubster. Der Chromo. Was war ein? Der Chromo Dubster. Also jetzt quasi zweimal links wirst du in der Straße, wo das Ding rumfährt. Hier oben sind echt Frame-Einbrüche ohne Ende, ne? Geil, dann schaut's auch ziemlich gut. Das sieht gut aus. Hast du die Action-Camp genannt? Das war geil. Ja, das schon. Hallo, für die Zuschauer mal, ja, alles? Ja, aber sorry, wenn das ruckelt. Das sind hier Frame-Einbrüche von 30 Frames mittlerweile. Oh, nur Fliegen ist schöner. Scheiße, es wird kaum noch nie verschluckt. Wie nennt man das? Kickflip? Ey, wo fieße ich keine Monster-Stacks? Oder? Wir fahren nicht, wir fliegen mal durch die Gegend. Und über mich tut er meckern, wenn ich mal die Strecke nicht finde. Die Inspiration haben wir von dir. Ja, bei Big Nut ist es ja gewollt. Ey, vor allen Dingen, das Lustige ist wie vorhin, ne, mit dem Boot. Ich fahr mal rüber. Ich mach das jetzt mit Big Nut, wir sind da. Ja. Oh, ich bin Fahrgast. Ui. Herzlichen Glückwunsch, Monsters, dann haben sie beglückt. Jetzt Glückwunsch, die Autos voller Kotze. Nein, das willst du nicht. Nein, das willst du nicht. Du willst nicht querführe dahin, da rüber. Über den Flussen alles. Obwohl, das könntest du eigentlich machen hier. Jetzt bringt er nicht auf... Aha. Okay, jetzt fahr einfach weiter. Ihr wisst schon, ihr wisst schon vorhin, als er in die Schlucht reingefahren ist, die Brücke kam durch Zufall. Da hat er nicht gewusst, dass die da ist. Ach so. Oh, ja. Direkt neben dem Grill passt. Perfekt. Erstmal ein Würstchen. Oh, 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 oh. Warte mal, ich will kurz mal Auto waschen. Gut, innen noch ein bisschen. Ich glaube, wir sind echt mehr geflogen wie Dings. Das ist schlimm. Kriegt man da eigentlich schon Fliegerskill oder... Wollte ich gerade sagen, du verbessertest jetzt ein Flugskill. Sie dürfen jetzt setzen. Unser Pilot. Wir haben keinen Fahrer, wir haben einen Pilot. Wir müssen irgendwann mal mit der Crew in dieses Militärgelände... Nein, wir müssen mal irgendwann mit der Crew ins Militärgelände rein. Über den Zaun springen. Ja, uff, da überlegst du keine fünf Minuten. Das ist nur für die Zuschauer. Na, schau. Äh, wollen wir wetten? Ich habe Sniper, Raketenreffer, was willst du noch? Das bringt nichts, die kommen da mit Panzer an. Hallo, ich hab die Flugskill. Jetzt ist aber mal gut, ey, meine Frisur sitzt gar nicht mehr. Hast du überhaupt noch eine? Ne. Mein Iro hat ein Loch in dein Dach gerissen. Das ist ja so ein Beulet. Vor allem das gepanzerte Dach. Ja. Ich häng da fest. Das war durchdringen, ne? Boah, hier geht das nicht schneller. Ein Quad, ein Quad. Ey, warte, du kannst hier links abliegen und dann... Dadurch, dass es geruckelt ist in der Action-Cam, hast du gesehen, wie der langsam nach hinten flog. Immer noch die Beine breit, als würde er sitzen. Aber das Rad war weg. Der jetzt war vorhin an der Brücke so entlang, wie der steile Kurve. Hier stehen sie zum Beispiel nachher. Hier, wo wir jetzt sind, da stehen sie nachher. Okay. Hey, sind wir doch, glaube ich, mal hochgefahren, oder? Mit der Motorräder und so, ne? Kann das sein? Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Unser Pilot Big Nut bedankt sich für den tollen Flug hier. Ihr wart sehr ruhige Passagiere. Wir erwarten kürze Turbulenzen. Sehr große, ja. Bitte bringen Sie Ihre Stewardess in eine aufrechte Position, wir landen in Kürze. Ja, wir landen jetzt, wir landen jetzt, wir suft. Vor allen Dingen... Oh, 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 oh. Vor allem in eine waagerechte Position, würde ich sagen. Vor allen Dingen... Oh, da ist wieder die Brücke, der Tunnel. Vor allen Dingen, du musst dazu sagen, wir wollen Ihnen ja keine Angst machen, aber sagt Ihnen der 11. September was? So, Maske an. So, zack. Begib dich zu der Position... Meine Position ist der Meister Welt. Ich bin in die Position, okay. Lauf ich mal. Da bin ja soweit Zeit und Sniper nur mit. Also, da ist schon mal... Das Auto mit dem MG dran, sehe ich gerade. Die stehen überall, auch auf dem Sägewerk. Ach so. B-Position, habe ich jetzt nicht gehört. Ja, Sunky, siehst du deinen gelben Punkt, wo du hin musst? Ja. Aber ich kann da jetzt nicht einfach hinrennen, da sind doch bestimmt Freunde. Ja, ich muss ja auch da hin. Ganz viele Freunde da hinten. Also, ich habe sie jetzt schon im Visier. Wir sollten erst mal in Deckung gehen, oder? Ne, du musst da hin. Zwei. Jetzt schon, halt? Ja. Zwei, vier. Geh, schreit jetzt doch hin. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, eh. So, ich habe... Wir sind doch auf dem Dach. Fünf. Wart, stehbleibe, Sunky. Wir können doch mit Snipern. Ja, ja, jetzt haben wir Anfang. Sechs, sie... Pass auf, nehmen wir... Nehmen wir oben, wir nehmen wir unten. Acht. Ich nehme den da unten, der da steht, mit dem... Auf der Brücke, genau. Mit dem Weißen. Alarup, sagt los. Ich nehme den oben auf dem Dach. Auf dem Dach sehe ich zwei, aber okay. Ich weiß nicht, ich bin getroffen. Voller Leck, Alter. So, hat ne. Den anderen von oben nehme ich auch noch. Jetzt kommen die alle. Ah, wieso kriege ich den nicht, ey. What the fuck? Alter, die kommen. Da sind viele. Da sind verdammt viele. Wir haben aber Sniper. Die sind sau schnell tot, die Leute. Ja. Vor allem habe ich die fette Sniper. Ich glaube, mit der kann ich Autos knacken. Sollen wir jetzt da hinrennen, ey? Jetzt der gelbe Punkt weg. Weil, ist frei oder wo sind die noch? Ich weiß nicht. Einen sehe ich noch. Am Auto? Aber um den komme ich nicht dran. Wo ist der? Dann müsst ihr euch so kümmern. Ich schon, den habe ich schon gerade. Ich renne den Weg nach hinten. Ist da noch mehr? Ich sehe nichts. Achtung, jetzt kommen noch mal ein paar. Rechts oben ist einer noch kommen. Ich sehe noch mehr. Okay, nur ein Zug. Ah, jetzt sehe ich einen. Moment. Soll ich zu dem N gehen? Wo ist der gelbe Punkt? Ich habe keinen gelben Punkt. Warte mal, du brauchst auch keinen gelben Punkt momentan. Okay, dann gibt es keine gelben Punkte. Hier schießt einer. Ich bin bestimmt. Hey, wo ist der denn hier? Ich sehe den nicht. Ich sehe den auch nicht. Ich sehe den auch nicht. Ah, hier am Auto. Hier, bei mir. Warte, ich hole ihn. Okay, er ist weg. Da ist noch einer. Oh, da ist noch mehr. Versteckle, versteckle, wieder zurückgehen. Was? Aufpassen, da kommen wir mehr. Da kommen wir noch mehr. Für den Versteckle. Da kommt nur eine ganze Menge. Ey, die kommen da oben. Nenn noch den mit dem. Wo oben? Da, hinter mir. Hier, hinter mir. Auf diesen Hügel. Was für einen Hügel? Der hier dahinter ist. Steht der nochmal auf? Naja, der ist nicht. Was? Da ist noch einer. Da ist noch zwei Stück. Ja, vorsichtig, die kommen jetzt. Ich sehe sie. Bo, 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 bo. Habt ihr sie? Ich sehe sie nicht. Ich glaube schon, ja, ja, ja. Ich sehe keinen mehr. So. Ah, kann ja. Warte mal, es müssen hier irgendwo die Autos rumstehen. Ja, ich schnapp mich schon mal ein Technical. Hier oben, oder was? Ich weiß nicht wo. Hier links. Nee, ich... Da ist noch irgendwo eine. Da ist noch zwei hin. Irgendwo schon eine. Ja, der kommt auf uns zu. Da ist noch einer irgendwo. Hassen? Nee, Moment, sehe ich hier nicht. Da kommt er. Ich bin mal lassen. Ja. Da ist es das Auto? Ja. Ja, das hier. Den LKW. Nicht das blaue. Nee, der ist da, den LKW. Ja, komm mal zu mir. Ja, warte, ich komme. Warte. Wohin? Ach, schau, es ist das Spiel, Leute. Warte, bis das Späteam den Technical erreicht hat. Ja, ich habe den Technical. Oh, shit. Komm jetzt viele, komm mal vor, komm mal vor, komm mal vor, komm weiter vor. Komm schnell zu mir. Ich halte es nicht aus, wenn ich so lange. Wo bist du denn? Auf den Technical. Komm zu mir. Achtung, kommen noch mal Leute, da kommen noch mal Leute, schieße erst weg. Wir lassen uns vorbei. Oder nicht. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Nein, 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 nein. Nein, zurück, 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 zurück. Warte, 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 warte. Wie zurück? Der Weg steht ja hier lang. Zurück. Du musst eine Straße höher. Warte. Ach, da hoch. Okay. Warte, 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 warte.